Jürgen Dreefs – Traurige Enthüllung, Todesfall in seiner Familie Es sind bittere Neuigkeiten von Jürgen Dreefs und seiner Familie, Tochter Joelina Dreefs enthüllte, dass Mama Ramona Dreefs an Krebs erkrankt ist. Außerdem musste die Familie einen Todesfall verkraften. Jürgen Dreefs – Harte Zeit für ihn und seine Familie Während alle Welt dachte, Jürgen Dreefs, 78, würde nach seinem Karriere aus seiner Schlagerrente genießen, ging die Familie in Wahrheit durch besonders harte Zeiten. Wie Tochter Joelina Dreefs, 27, gegenüber, Bild, enthüllte, wurde nur kurz nach Dreefs, TV-Abschied Hautkrebs bei Ehefrau Ramona Dreefs, 49, diagnostiziert. Mittlerweile wurde die 49-Jährige bereits operiert. Dennoch betonte ihre Tochter, dass sie, schreckliche Angst hatte, sie zu verlieren. Und damit noch nicht genug. Joelina Dreefs – Todesfall und Krebsdiagnose von Mama Ramona Dreefs – setzten ihr zu. Gegenüber, Schlagerpuls, enthüllte Joelina Dreefs, dass sie sowie ihre Eltern Ramona und Jürgen Dreefs auch einen weiteren schweren Schicksalsschlag verkraften mussten. Nach kurzer Krankheit sei nämlich auch ihre Oma verstorben, zu der sie stets eine enge Beziehung pflegte. Anfang dieses Jahres wurde meine Oma, die für mich wie eine Mutter war, schwer krank und ist leider vor zwei Monaten von uns gegangen. Meine Mama hatte ebenfalls gesundheitliche Probleme. Das war ein zusätzlicher Schock für uns alle. Alles in allem war es eine sehr schwierige Zeit, in der ich trotz meiner eigenen Probleme für meine Familie da sein musste, so Joelina Dreefs. Durch das Karriereende ihres Vaters habe sie außerdem zusätzlich, einen großen Druck, verspürt. Keine leichte Zeit für die Familie Dreefs. Wir wünschen auf diesem Weg alles, alles Gute für die Zukunft.